So Leute, ich fang mal wieder an mit ner Runde Survival Games. Ich drehe noch mal kurz die Grafikeinstellungen auf Short, das reicht vollkommen und die Lobby laggt irgendwie ein bisschen. Ich change mal auf das Default Texteepäck, ich weiß nicht warum es bei mir momentan so ekelhaft laggt. Endlich mal wieder ein Video, das live erscheint. Hä, die FPS bleiben gleich, dann ist es egal. Och ne, das war ein kleiner Fail, dass ich jetzt wechsle. Jej, keine Rückmeldung. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Oder ich muss die Aufnahme abbringen. Nein, es hat funktioniert. Trotzdem läuft es noch ein bisschen. Das zeigt mir noch immer die selben FPS an. Ich weiß nicht. Der Laptop ist seit kurzem so richtig langsam. Das kann man so voll vergessen. Früher hatte ich auch immer noch bessere Aufnahmen. Oh, FPS Ultimate nehme ich später vielleicht noch zwei Folgen auf, da ich gerade alleine zu Hause bin. Fünf Sekunden. Ähm. Geh. Legs. Foto 1. Äh. Oh, Kix. Kix, 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 Mein Kix. Jump Pro, nein. Ähm. Wisst ihr das Lustigste? Gestern in der Schule bin ich aufs Knie geflogen, aber jetzt ist es geprellt. Das macht so viel Spaß. Ich kann eventuell ein Bild machen, wie ich vorm PC hock und da stehe. Cool, mein Cookie ist weg. Nice. Holzschwert. Ähm. Ja, ich kann eventuell ein Bild davon machen. Und dann stelle ich es noch hinten dran. Oder blende es ein. Boah, wie ich momentan Luft holen muss. Auf jeden Fall, ich war heute im Krankenhaus und es ist gerade 17.51 Uhr. Am Freitag. Da ist einer. Ich hoffe, der hat nicht so gute Sachen. Und, ja, er war bei einer Kiste. Ich hab verloren. Okay, wer hat. Im Wasser bin ich ein Opfer. Oh, nein. Ich werde... Ich sterb. Oh, nein. Das ist nicht der Ernst. Oh, ich muss essen. Ich hab... Ich hab ein Halbherzen. Wer der mich jetzt trifft, bin ich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das weiß ich. Wie es heute einfach wieder mal gut anfängt. Gut unter Anführungszeichen. Und, ja, er läuft davon. Für Wasserbandbett das Sprinting. Damit man die Leute einholen kann. Ich spiel lustigerweise immer noch auf der 1.6.2. 1.6.4 interessiert mich nicht. Da sind keine umfassenden Änderungen drauf. Nur halt, die meisten Server sind auf 1.6.4. Ich bin gespannt, welche Musik ich diesmal hinterlege. Nein! Nein, was hab ich... Wie... Wie es leckt. Wie es leckt. Boah, ich hasse lecks... Ja, ähnlich mal meiner. Uuuh. Schlechtestes Equip immer. Okay. Was hab ich jetzt alles... Äh... Ich werde sterben. Leute, ich werde sterben. Ich werde sterben. Yay! Zum Glück pusht er mich ins Wasser. Ich hochgepushter Hurensohn. Ne, Spaß. Oh. Wie man's mit der Render Distance vergessen kann. Oh, ich möchte... Ich möchte nicht... Ja. Ja, ja. Er lasst mich... In Ruhe. Po... Glück gehabt. Welche Themen soll ich mir als nächstes rausholen? Schreibt's in die Kommentare. Dann hab ich eventuell wieder... Ähm... Commentary. Oder was anderes. Aber... Mir lagts momentan zu viel. Ich... Es ist, glaub ich, nicht so gut, wenn ich... Direkt so... Aufnehme mit... Ähm... Wenn ich alles aufnehme. Das ist... Ein kleines Problem. Ich find's traurig. Hey, yo. Das war der... Okay. Yo, Leute. Ich häng noch mal was dran. Ähm... Wir sehen uns dann. Ciao. Hier sind wir in der... Äh... Lobby. Von Arcade. Ich geh jetzt mal... Ähm... In Orten. Rein. Und dann würde ich mal sagen, es kann losgehen. Zehn Sekunden. Perfekt. Ich werde eventuell bald einen neuen eigenen Letter bekommen. Dann hol ich mir noch... Ähm... Dann wünsche ich mir noch ein Mikro. Oder kauf mir eins. Das weiß ich noch nicht. Und... Ähm... Höchstwahrscheinlich ein T-Bone. Dann wird sich die Qualität verbessern. Fail. Es laggt. Aber... Ich hab... Wenigstens... Die... Äh... Ich hab die doch... Hacker. Lol. Ähm... Was ist da los? Die sind voll... Komisch drauf. Tische Typen. Ich werde mal wieder Gameplays aufnehmen. Da ich das brauch. Äh... Wie's laggt. Naja, egal. Ich nehm alle Runden. Wie ich einfach durch die Render Distance nicht einschätzen kann. Ob der so weit geht. Aber ich kann sowieso nicht mehr schätzen. Überhaupt bei Lags. Traurig, dass er nicht trifft. Das ist der von vorher. Der so... Hackt. Hackers... For... The... Loose. Fail. Weil... Ich müsste mal ne richtig lange... Wollende... Gempa-Runde... Machen. Wo ich... Mehr Skills... Nutze. Nicht grad... So laggy... Sorry, dass ich grad nicht spreche. Ähm... Ich werd gleich sterben. Wow. Ähm... Skills. Okay. One-Hit. Egal. Ich bin zu schlecht. Aber diese Kevin-Tech läuft im Boden. Ich hab den Video-Bereis. Ja. Egal. Noch ein Leben und dann... Hab ich Siolo... Geschafft und ich... Wenn ich jetzt... Nicht treffe, dann bin ich der... Pro. Oh. Legs. Die sind... Ging-Terrassme. Nein. Diese... Okay. Ja. Das war's. Ich sag dann mal... Ciao. Hi Leute. Ich bin wieder da und wir spielen jetzt... Trouble in my world. Wir haben noch... 14 Sekunden. Bin gerade erst reingekommen. Und ja, ihr seht's. Ich hab mir... Hive Premium gekauft. Sogar Forever. Ist schon mal einfacher. Überall rauf zu kommen. Ihr werdet vielleicht... Ihr werdet mich vielleicht auch in Livestreams sehen. Und diese Map hasse ich. Egal. Ihr werdet mich vielleicht in Livestreams von Ungespielt oder Broken Thumbs oder so sehen. Und ich hab keine Sachen. Und das wird so ne ziemlich schlechte Runde. Ich mach einfach YOLO. Sohoho Swag oder besser gesagt Hashtag YOLO. Da kommen sie. Und der geht da hoch. I need something I record. Okay, vielleicht geben sie mir dann ein bisschen was. Ne. Die sind so unfreundlich. Oder ich nehm nochmal neu... Was Neues auf. Was nicht allzu lustig wär. Da ich mir ja sehr viel Mühe geb, aber... Der Laptop lässt nicht mehr raus... Springen. Ey. Bin innocent. Ist geil. Da hab ich erfahren. Dann häng ich... Noch... Ne Runde... Ähm... Ich würd mal sagen... Splack dran. Und das war dann eigentlich... Heute... Man könnte eigentlich sagen... Hive Runde. Das wär eigentlich nice, wenn ich das alles noch heute hochladen kann. Na, ähm... Nach dieser Aufnahme werde ich... Ähm... Ne, wie heißt... Fitibist Ultimate aufnehmen. Ja, der wurde vom Server gekickt. Ey. Ich kann nichts dafür. Ich bin freundlich. Ja. Das war's mit dieser Runde. Ich sag mal... Ciao.